Kapitel 24, die sieben Siegelgerichte Kapitel 24.1, Einführung Wagen wir uns jetzt an einen Text, der zwar sehr populär ist, aber oftmals missgedeutet wird. Die Siegelgerichte in der Offenbarung des Johannes. Beginnen wir mit Offenbarung 6, Vers 1-17, der Öffnung der ersten sechs Siegel. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus sieghaft und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrechten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich eine Stimme der vierten Gestalt sagen, komm, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurden Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass viele Aussagen in Bildern gezeigt werden, die der Auslegung bedürfen. Die Auslegung von prophetischer Bildersprache über Zukünftiges beinhaltet immer das Problem, dass prophetische Visionen in konkrete Aussagen über weltgeschichtliche Ereignisse umgesetzt werden müssen. Die Qualität einer solchen Auslegung hängt wesentlich davon ab, wie genau die Vision verstanden wird, was nur durch Gottes Geist möglich ist, wie sie in den biblischen Zusammenhang gestellt wird und inwieweit der Ausleger sich von der jeweils vorherrschenden weltpolitischen Lage beeinflussen oder besser nicht beeinflussen lässt. Dabei darf nicht vergessen werden, dass sich momentane Ausprägungen der Weltpolitik sehr schnell ändern können, die Offenbarung aber von einer absoluten Endzeit handelt. Das wiederum bedeutet, dass wir versuchen müssen, die biblischen Aussagen zunächst unabhängig von den jeweils vorherrschenden politischen Ereignissen und weitestgehend abhängig vom Gesamtzusammenhang der Schrift zu sehen. Ein Beispiel. Vielleicht haben die Menschen im Zeitalter Napoleons diesen als eine Art Antichristen missverstanden, wenn sie sich zu sehr von den damaligen politischen Ereignissen, die ja ganz Europa erschütterten, verleiten ließen. Gorbatschow wurde von manchen als das Tier mit dem Mahl bezeichnet, weil er ein Blutschwämmchen auf der Stirn trug. Aber eine solche Art der Auslegung trägt gegenwärtige politische Strukturen in die Texte der Bibel hinein und muss im Lauf der Zeit immer aufs Neue nachgebessert werden. Das ermüdet die Zuhörer schließlich, die sich, verständlicherweise frustriert, von prophetischen Auslegungen vollends abwenden. Im Gegensatz dazu soll hier versucht werden, die Aussagen der einzelnen Kapitel der Offenbarung vom Inhalt her zu verstehen und sie erst dann in einen zeitlichen Zusammenhang zu setzen. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das ganze Neue Testament, genauso wie das Alte Testament, von Menschen geschrieben worden ist, die zwar unterschiedliche Charaktere hatten, die aber dennoch der Geist Gottes leitete. Wenn beispielsweise Johannes und Paulus von endzeitlichen Dingen, wie zum Beispiel dem Auftreten des Antichristen oder der Entrückung schreiben, geschieht das bei Paulus in einer anderen Art als bei Johannes. Paulus schreibt konkret Johannes oftmals in Bildern, aber sie schreiben beide, geleitet durch den Geist Gottes, von den gleichen Vorgängen. In unserer Betrachtung der Texte der Offenbarung müssen wir uns konsequent auf die alttestamentlich-jüdische Ausprägung der Sprache der Offenbarung einstellen. Denn die Offenbarung handelt im engeren Sinn ausschließlich über die Zeit der letzten 70. Jahrwoche und wendet sich an den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem, um diesen zu unterrichten, was bald geschehen muss. Kapitel 24.2 Vorbemerkungen Bei der nun folgenden Auslegung der Offenbarung, insbesondere zu ihrer chronologischen Ordnung, setze ich die folgenden Punkte voraus. In der Schau der sieben Siegelgerichte geht es nicht gleich um endzeitliche Ereignisse. Die Siegelgerichte stellen vielmehr einen groben Überblick über die komplette Heilsgeschichte dar, und zwar vom Anfang der Welt bis zu dem Tag des 20. Lammes. In diesem ersten Überblick der kompletten Heilsgeschichte werden im Verlauf der Offenbarung, wie in einen Setzkasten, die Aussagen über endzeitliche Ereignisse eingesetzt und erst im Verlauf der Offenbarung genauer ausformuliert. Die Offenbarung nähert sich also den endzeitlichen Spezialitäten wie mit einem Zoom, der langsam vom Weitwinkel bis zum Makro verstellt wird. Die sieben Siegelgerichte handeln von der gesamten Weltgeschichte, und zwar in Form eines groben Überblicks, ausgehend vom Anfang der Welt bis zu deren Ende. Die sieben Posaunengerichte liefern einen groben Überblick der Geschichte Israels, ebenfalls von deren Beginn bis zu deren Ende. Die sieben Schalengerichte schließlich handeln von den sehr spezifischen Endzeitereignissen in Israel, und zwar innerhalb der letzten 70. Jahrwoche bis zum Kommen Christi. Des Weiteren geht die folgende Betrachtung davon aus, dass die Offenbarung nicht strikt chronologisch aufgebaut ist. Das Buch Daniel, zu dem sehr viele Ähnlichkeiten bestehen, und viele weitere Bücher der Bibel sind ebenfalls nicht strikt chronologisch aufgebaut. Vergleiche auch die Bücher Jeremia, das zweite Buch der Könige, das Lukas-Evangelium etc. Es gibt keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass dies mit der Offenbarung anders wäre. Außerdem widerspräche ein strikt chronologischer Aufbau dem Zoom-Prinzip, in dem Ereignisse immer aufs Neue wiederholt werden, um immer detailliertere Informationen zu ergänzen. Bei der Betrachtung der Offenbarung sollen zudem keine Strukturen vorausgesetzt werden, wie zum Beispiel die eines chronologischen Ablaufs, in die die Texte hineingezwängt werden müssen. Vielmehr sollen die Texte der Offenbarung und hier insbesondere die sieben Siegelgerichte vom Inhalt her aufbereitet und durchgearbeitet werden. Erst wenn der Inhalt erfasst wurde, kann daraus eine Struktur abgeleitet werden. Nicht umgekehrt. Kapitel 24.3 Auslegung der ersten vier Siegel Kapitel 24.3.1 Der erste Reiter Der Reiter auf dem weißen Pferd Über diese Figur haben unter den Auslegern vielfach sehr unterschiedliche Meinungen geherrscht. Über viele Jahrhunderte hinweg war in den Auslegungen der Kirchen und Gemeinden Der Reiter auf dem weißen Pferd ein Bild auf Jesus Christus. Erst innerhalb der letzten 100 bis 150 Jahre hat sich innerhalb der evangelikalen Welt vorrangig die Lesart durchgesetzt, dass der Reiter auf dem weißen Pferd ein Bild auf den Antichristen sei. Der Grund für die Auffassung, dass der Reiter auf dem weißen Pferd der Antichrist sei und die Offenbarung chronologisch aufgebaut wäre, liegt unter anderem in der Lehrmeinung begründet, die die Entrückung zeitlich vor der Zeit der Drangsal einordnet. Aber auch menschliche Ungeduld und die Suche nach endzeitlichen Sensationen unterstellen hier gleich das Auftreten des Antichristen. Aber Gott geht anders vor. Er zeigt uns zunächst einen groben Aufriss der kompletten Weltgeschichte, der bei Christus beginnt und mit Christus endet, denn er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Erst später, wenn wir einen ersten Überblick erhalten haben, geht die Offenbarung ins Detail. Das ist didaktisch sehr klug, weil es verhindert, dass man sich gleich zu Beginn der Erzählung in Details verzettelt und so den Überblick verliert. Schauen wir uns das im Einzelnen an. Kapitel 24.3.2 Christus, Alpha und Omega, Anfang und Ende Wenn man davon ausgeht, dass der Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 6 Christus ist, besteht die Möglichkeit, ihn mit dem Reiter in Offenbarung 19 Vers 11 gleichzusetzen. Beide Male wäre er dann ein Bild für den verherrlichten Sohn Gottes, Jesus Christus. Versuchen wir, diese Sichtweise anhand der Bibel nachzuvollziehen und zu belegen. Die Schau der sieben Siegel beginnt und beendet Gott mit dem, der ihm am wichtigsten ist, mit seinem Sohn Jesus Christus. Ihm allein gebührt als Erstem, vor allem und vor allen anderen Endzeitfiguren aufzutreten, nämlich als Reiter auf dem weißen Pferd. Der Sohn Gottes hat hier auch Vorrang vor dem Antichristen. Das ist an anderer Stelle unsere Botschaft vom Sohn Gottes und sollte auch hier so bleiben. Im Einklang damit bezeugt Offenbarung 22 Vers 13 von ihm, Kapitel 24.3.3 Weitere Bibelstellen über den Reiter auf dem weißen Pferd Wie schon gesagt, finden wir in Offenbarung 19 noch einmal einen Reiter auf einem weißen Pferd. Dort ist ganz deutlich Christus gemeint, denn sein Name, so sagt die Schrift, ist das Wort Gottes. Johannes wechselt aber innerhalb seiner Schau nicht die Symbolsprache. Sonst wäre eine konsequente Auslegung der Offenbarung nicht möglich. Ein Beispiel Das Sinnbild des Löwen wird in der Bibel zweimal für den Satan und an anderer Stelle auch für den Herrn benutzt. Das geschieht einmal in 1. Petrus 5 Vers 8 und einmal in Offenbarung 5 Vers 5. Aber das geschieht nicht innerhalb eines Buches der Bibel. Die erforderliche konsequente Auslegung der Offenbarung ist also der zweite Grund für die oben geäußerte Annahme, dass der Reiter auf dem weißen Pferd ein Bild auf Christus ist. Kapitel 24.3.4 Die 3-und-1-Ordnung Zudem ist hier wieder die 3-und-1-Ordnung zu finden, die bereits in Kapitel 8, die 3-und-1-Struktur, erläutert wurde. In den beiden großen Gottesgerichten der Bibel, der Sintflut und Sodom und Gomorra, ist die 3-und-1 sogar doppelt enthalten Und auch hier, in den ersten 4 Siegeln der Offenbarung, erscheint die 3-und-1 zweimal. Denn der erste bringt den Sieg und die anderen drei Reiter bringen Krieg, Not und Tod. Und zweitens wird uns ein weißes Pferd, ein rotes Pferd und ein schwarzes Pferd gezeigt und andererseits ein fahles Pferd. Es sind also drei Reiter, die ausreiten, um zu zerstören und einer, der so ganz anders ist, der nämlich auszieht, um zu siegen. Wer ist aber der Einzige, der siegt? Das kann nur einer sein und das ist nicht der Antichrist. Gesiegt hat und siegen wird allein Jesus Christus und niemand sonst. Wie auch Paulus schreibt Hölle, wo ist dein Sieg? Und Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg Jesu Christi besteht in seinem Sterben und Auferstehen. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha den Sieg errungen. Das gilt es auch bei der Auslegung der Siegelgerichte beizubehalten. Es macht daher keinen Sinn, in Übersteiger der Endzeiterwartung gleich zu Beginn der Siegelgerichte den Reiter auf dem weißen Pferd auf den Antichristen zu deuten. Zwar hat auch der Antichrist seine Zeit, in der er als gefährlicher Verführer und okkulter Machthaber auftritt, aber wenn die ihm gegebene Zeit abgelaufen ist, muss er wieder abtreten, weil ein Stärkerer kommt, Jesus Christus, der der Sieger ist und bleibt. Das alles sind gute Gründe, den Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 6, Vers 2 auf Christus zu deuten. Diese Sichtweise stimmt so auch mit Offenbarung 19 überein, wo Christus ebenfalls ein Reiter auf einem weißen Pferd ist. In Kapitel 19 und in Kapitel 6 wird Christus also als ein Reiter auf einem weißen Pferd vorgestellt. Und zwischen diesen beiden Ereignissen? Da war der Herr auch ein Reiter, allerdings nicht auf einem Schimmel, sondern als er auf einem Esel nach Jerusalem einritt, ein Bild der Demut und Sanftmut bei seinem ersten Kommen. Kapitel 24.4 Adolf Pohl, einer der Autoren der Wuppertaler Studienbibel, versucht zu widerlegen, dass der weiße Reiter Christus ist. Er schreibt dazu, Das erscheint zunächst ein schwerwiegender Einwand zu sein. Denn wenn das Lamm die Siegel öffnet, kann Christus nicht gleichzeitig als Reiter auf dem weißen Pferd innerhalb der sieben Siegel vorkommen. Die Antwort darauf lautet, Doch, das kann er. Das ist ein sehr großes Geheimnis und doch allen Christen bekannt. Es ist sogar und geradezu ein Grundsatz des christlichen Glaubens. Denn Christus hat die ganze Welt erschaffen und kommt doch selbst innerhalb der von ihm erdachten und erschaffenen Welt vor, nämlich als der Mensch Jesus. Das Wort wurde Fleisch. Und wer kann das verstehen? Der Einwand von Adolf Pohl basiert dem Grunde nach auf menschlicher Vernunft und Logik und widerspricht so dem, was wir nach der Heiligen Schrift glauben. Christus ist gleichzeitig Schöpfer und Mensch, also Geschöpf. Denken wir nur an Kolosser 1, Vers 16, Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Er hat alle Menschen geschaffen und wird selbst Mensch. Gott wurde in Christus Mensch. Für die Juden der damaligen Zeit war es fast unmöglich zu glauben, dass Gott in Christus ein Teil seiner eigenen Schöpfung geworden war. Und auch uns Christen wird, wenn wir uns dieser Aussage bewusst machen, die Größe dieses Geheimnisses bewusst. Es ist nicht zu erklären, sondern nur im Glauben zu erfassen. So wenig wie das Geheimnis der Fleischwerdung Gottes erklärt werden kann, so wenig kann erklärt werden, wie es möglich ist, dass der Herr Jesus Christus gleichzeitig sowohl die Siegel öffnet, als auch selbst darin vorkommt. Aber im Prinzip stellen diese beiden Geheimnisse eine wunderbare Parallele dar. Gott schuf die ganze Welt und wird dann selbst Mensch innerhalb seiner eigenen Schöpfung. Das Lamm öffnet die Siegel und kommt selbst innerhalb der Siegelgerichte vor. Christus erschuf alles, was sichtbar wurde, aus Gottes Wort. Und dann offenbarte er sich selbst innerhalb dieser seiner Schöpfung als Mensch und Gottessohn. Gott ist, und das ist laut 1. Timotheus 3, Vers 16 gerade das Geheimnisvolle, sowohl Schöpfergott als auch in Jesus Christus Mensch geworden. Ein weiterer Grund, Adolf Pohl zu entgegnen, findet sich in Offenbarung 6, Vers 16 innerhalb des sechsten Siegels. Dort wird von Menschen berichtet, die sich vor dem Tag des Zornes des Lammes unter Bergen und Felsen verstecken wollen. Hier tritt das Lamm zum zweiten Mal innerhalb der von ihm geöffneten Siegel auf. Es ist also gar nicht so abwegig, zu unterstellen, dass Christus selbst auch innerhalb der Siegel vorkommt, wie wir an dieser zweiten Stelle sehen. Damit ist Christus in der Schau der Siegelgerichte A und O, Anfang und Ende. Adolf Pohl bleibt für dieses zweite Vorkommen Christi innerhalb des sechsten Siegels eine Erklärung schuldig. Denn wenn er bei seiner ursprünglichen Meinung bliebe, könnte er auch innerhalb des sechsten Siegels nicht Christus sehen. Wobei aber das sechste Siegel Christus wortwörtlich als das Lamm benennt. Damit widerspricht hier Adolf Pohl seiner eigenen Argumentation. Das aber nur am Rande. Es soll lediglich aufzeigen, dass nicht alles geglaubt werden muss, was gepredigt wird, sondern das, was in der Schrift steht. Sie allein ist der Maßstab, obwohl ich zugebe, dass es bis hierher dem Leser noch so scheinen mag, als ob sowohl die eine als auch die andere Auslegung möglich wäre. Das ändert sich aber, wenn erst das ganze Bild gezeichnet ist. Kapitel 24.5 Eine erste Zusammenfassung Diese zunächst etwas ungewohnt anmutenden Bilder sind es, auf die wir gefasst sein müssen, wenn wir die Offenbarung lesen. In Offenbarung 6 wird Christus als Reiter auf einem weißen Pferd dargestellt, und zwar noch vor Grundlegung dieser Welt. Hier geht es noch nicht um Zukunftiges, sondern Gott fängt am Anfang an, so wie die Bibel auch am oder im Anfang beginnt. Außerdem beginnt Johannes sowohl sein Evangelium als auch den ersten Johannesbrief mit am Anfang und was von Anfang an war. Warum nicht auch die Offenbarung? Kapitel 24.6 Bedeutung und Ausprägung der drei weiteren Reiter Die drei darauf folgenden Reiter sind Gerichtsreiter, die ganz allgemein und global die Gerichte Gottes darstellen, mit denen Gott sowohl sein Volk als auch die ganze Menschheit immer wieder gerichtet hat. Krieg, Hungersnot und Tod. Dazu ein Beispiel. Kapitel 24.6.1 Kein Frieden auf Erden Vom zweiten Reiter wird berichtet, dass er den Frieden von der Erde nehmen soll. Fragen wir also, seit wann ist kein Friede mehr auf der Erde? Spätestens seit Kain seinen Bruder Abel tötete oder, wenn wir so wollen, noch früher, als Adam nach dem Sündenfall keinen Frieden mehr mit Gott hatte und auf einer verfluchten Erde leben musste. Seitdem gibt es Krieg, Hunger und Tod auf der Erde und so lange reiten auch schon die drei Reiter. Denn seit wann gibt es Hunger, der dritte Reiter? Und seit wann gibt es Tod, der vierte Reiter? Ebenfalls seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Bedenken wir, es geht hier um die allerersten Anfänge der Menschheitsgeschichte und noch nicht um endzeitliche Spezialitäten wie zum Beispiel den Antichristen. Was aber hat unser Herr Jesus Christus mit diesen drei Gerichtsreitern zu tun? Und warum zeigt uns die Bibel ihn in der Gemeinschaft mit diesen drei Gerichtsreitern? Weil Christus auch zum Gericht auf die Welt kam. Alles Gericht ist dem Sohn übergeben. Geschieht denn auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Heute wird Christus überwiegend als liebender Herr gepredigt, was er auch ist. Wenn er es nicht ist, wer sonst? Aber er ist auch der Herr, der zu fürchten ist. Umso wunderbarer ist es, dass er sich nicht zu schade war, seine Herrlichkeit zu verlassen und sogar für uns zu sterben. Insofern gehört Jesus Christus also tatsächlich zu den Reitern, die Gericht über die Erde bringen. Und doch unterscheidet er sich von den anderen, denn drei bringen Unheil und Verderben, aber er bringt den Sieg. Die drei letzten Reiter sind übrigens nicht in der Gefolgschaft des ersten Reiters auf dem weißen Pferd, sondern jeder Reiter wird einzeln aufgerufen. Diese vier Reiter reiten also nicht erst in der Zukunft, sondern seit die Welt in Sünde fiel. In den ersten vier Siegeln wird typologisch der gegenwärtige Zustand der Welt gezeigt, als einer Welt, die im Gericht lebt und für das Gericht aufbewahrt wird. Eigentlich dienen die sieben Siegelgerichte noch etwas anderem, nämlich dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Aber das sehen wir später. ZE-D-D-Z-GT-E-D-D-Z-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D